Mal so langsam an, wobei die meisten auch irgendwie draußen sind, da richtig halt. Oder sind die schon gegangen? Okay. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Guido Lieder. Ich bin hier im Bereich der integrierten Mediation und so für die Familienmediation zuständig, zusammen mit dem Autor, wenn man das auch zusammen ist. Ehemaliger Familienrichter, wenn man einmal Familienrichter ist oder war, dann bleibt man es eigentlich immer. Passion, das kann man wirklich ganz klar so sagen. Ich habe mich vorhin sehr gefreut, dass der Richter auch im Buchstand, der Jürgen Rudolf, das ist auch noch draußen, vortragen konnte. Der war für mich auch so einer der Ikonen, was ich natürlich, bevor ich den Autor kennengelernt hatte, des Familienrechts, des deutschen Familienrechts. Doch mal, Praxis war für mich wirklich auch ein Meilenstein. Ich weiß gar nicht, wer von den Anwesenden ist eigentlich im Bereich der Familienmediation tätig. Eins, zwei, drei, vier, ja, fünf, sechs, sieben, acht. Also, ich habe draußen auch einige, einige sind auch von denen draußen, von denen ich auch weiß. Das heißt, einige wissen auch, worüber wir von denen eigentlich auch so gesprochen haben. Familienrechten, was das Wort, worum es eigentlich geht. Und der Herr Richter Rudolf hat ja uns einen allgemeinen Überblick gegeben über die Kochmann-Praxis, das heißt, wie er es im Speziellen gemacht hat. Das ist in der Tat abweichend von dem, wie es davor war und auch abweichend von dem, wie es an 95 Prozent, 98 Prozent der deutschen Familienrechte abläuft. Ja, das heißt, er hat also eine sehr persönliche, eigentlich biografische Sicht auch dargestellt, was er Besonderes gemacht hat. Und das sind wirklich auch Meilensteine gewesen. Ja, es heißt auch, dass das FAMSB, der Staat von der Kochmann, von Herrn Rudolf, da kommt er rein, beeinflusst worden ist. Und es hat sogar das Parlament des Europarats, eine Resolution 2079, glaube ich war die Nummer, beschlossen, wo ausdrücklich auch Bezug genommen worden ist, dass man doch so etwas Gutes wie die Kochmann-Praxis bitte schön auch umsetzen sollte. Ja, das sind schon wirklich Meilensteine. Die Realität an deutschen Gerichten ist leider nicht so, wie sie damals im Kochen war. Na dann, viele sehen, dass man auch als Vorbild ist, wie es damals war. Sieht ein bisschen anders aus. Was ich jetzt heute hier euch kurz darstellen möchte, ist die Perspektive aus der Sicht des Verfahrensbeistands. Der Verfahrensbeistand wurde ja vorhin erwähnt. In der Tat ist der Verfahrensbeistand eigentlich eher ein problematisches Konstrukt, muss man ganz klar und eindeutig sehen. Also bei manchen, manche sagen sogar eigentlich nicht. Ich glaube, so war es auch in der Kochmann-Praxis der Möglichkeit war. Kein Verfahrensbeistand war auch einfach, weil es sollte alles ganz schnell sein. Daher war eigentlich auch kein richtiger Platz für den Verfahrensbeistand. Die meisten Gerichte in Deutschland arbeiten langsam. Das heißt, sie haben Platz für einen Verfahrensbeistand. Die meisten Familiengerichte in Deutschland arbeiten auch, man muss es leider sagen, schlecht. Also ich glaube, da gibt es gar nicht viel Widerspruch. Wir hatten immer wieder die Frage der Qualifikation im Bereich des familiengerichtlichen Agierens. Damit zum einen die Qualifikation natürlich der Richter, aber auch aller Beteiligten. Ob es jetzt die Jugendämter sind, die Sachverständige, Verfahrensbeistände, Rechtsanwältin usw. Es wird immer wieder geklagt. Und wenn ich das jetzt hier aus, als ich das Verfahrensbeistand vortrage, geht es auch darum, was können wir eigentlich machen? Wir hatten die blöde Mediation als Mediatoren. Und wo sehen wir uns da? Ich glaube, die wenigsten von uns werden auch die schnelle Richter werden. Es sind einige Rechtsanwälte zwischen uns, glaube ich, die könnten das, die Qualifikation zum Richter haben, zweite Staatsheiz haben usw. Aber Verfahrensbeistände könnten quasi fast alle werden von uns. Man muss da eine Zertifizierung machen, aber der Verfahrensbeistand an sich, dafür gibt es keine spezielle vorgeschriebene Qualifikation. Das ist zum einen ein Problem, weil wir wirklich mangelhafte Qualifikationen haben, zum großen Teil, ist aber zum anderen auch eine Chance, dass man relativ schnell in diesen Bereich reinkommt. Ich möchte euch mal kurz spizieren, wo wir denn den Verfahrensbeistand so ein bisschen verorten könnten. Mal gucken, ob das klappt. In Familien, wir sprechen über Streit, wir sprechen über Konflikt, Trennung, Streit über Umgang, Sorge usw. Unterhalt usw. geht für den Verfahrensbeistand, ist ja draußen. Es geht nur um Kindschaftssachen, sogenannte Kindschaftssachen. Wenn wir mal überlegen, wenn Eltern sich streiten, wäre es idealerweise so, dass sie erstmal in eine Familienberatung gehen würden. Ja, ganz niederschwürdig. Chariters, Diakonie, wer auch immer sowas anbietet. Und dann sollten die schauen, dass ihnen geholfen wird. Wenn das dann nicht reicht, manche überspringen das auch direkt, dann gehen die vielleicht als nächstes zum Jugendamt. Und fragen, was können wir denn machen. Das ist schon eine Eskalationsstufe. Das geht hier erst mal so. Weil hier unten war alles freiwillig. Man konnte wegbleiben, man konnte hingehen usw. bei Familienberatungsstellen. Macht man oder macht man nicht. Bei den Jugendämtern, da ist man dann schon bei einer Behörde. ein Amt. Da ein falsches Wort. Und die fangen an zu gucken und landet man schließlich ganz unerwartet, vielleicht sogar bei der Inertutnahme. Also Kinder werden rauskommen, Kinder haben uns weiter, alles rauskommen, alles keine. Teilweise schon exotisch, aber kann passieren. Wenn die Eltern sich auch beim Jugendamt nicht einig werden, und mancher passiert das sogar so, dass die Jugendämter die Uneinigkeit, ich will nicht sagen forcieren, aber schon ihren Teil dazu beitragen. Es passiert immer wieder, dass ein Jugendamt sagt, da haben wir keine Zeit für, wir können ihnen nicht helfen, gehen sie zum Gericht. Das ist so ein Standardsatz. Dann können die anschließend wieder ihre Füße auf den Schreibtisch legen und die Eltern haben das Problem und die Gerichte haben das Problem. Dann geht das also in der Eskalationsstufe rauf zum Familiengericht. Und an der Stelle kommt der Verfahrensbeistand rein. Der Verfahrensbeistand wird beauftragt, vom Richter, Stellung und so weiter, vom FG, schreibt mal dahinter, Frage, also Verfahrensbeistand. Und jetzt entscheidet es sich beim Familiengericht, bleibt das ganz Verfahren auf einer hohen Eskalationsstufe oder gibt es vielleicht eine noch höhere Eskalationsstufe, weil manchmal ist es nach dem Familiengericht im Verfahren schlimmer als vorher. Ich weiß nicht, ich sehe nicht so ganz genau, der Richter oder nichts. Aber ich glaube, ich habe es schon öfter von Arald Fottwink von ihm gehört. Und an der Stelle ist also die Frage, beruhigt sich das Ganze oder lag das schlimm? Und an dieser Stelle hat der Verfahrensbeistand Einfluss und hätten somit auch wir Einfluss. Das heißt, an der Stelle entscheidet es sich, geht das Ganze wieder auch von der Eskalationsstufe, so eine Eskalationsstufe sein, je höher, desto höher ist die Eskalation. Geht das Ganze jetzt vielleicht wieder runter in eine normale Eskalationsstufe, dann sage ich mal wieder, und könnte in Zukunft dann mit total netten Familienberatungsmitarbeitern vielleicht auch in einer Art Mediation, so gut wie sie es eben können, weitergehen oder bleibt das Ganze hier auf der hohen Stufe und eskaliert, oder geht vielleicht sogar noch höher und eskaliert noch weiter. Manche familiengerichtlichen Verfahren oder sage ich mal, manche familiengerichtliche Streitigkeiten sind ja erst ja zum Teil noch nicht mehr zu ändern, wenn die Kinder 18 sind. Ja, die ziehen sich und die gehen dann, was weiß ich, wenn man dann im normalen Amtsgericht Familiengericht ist, dann geht es dann weiter zum Oberlandesgericht oder manche dann zum BGH, manche zum Bundesverfassungsgericht und manche zum Europäischen Bistik für Menschenrechte. Ja? Bei dem Paulan am Dom, die möchte ich dann wissen, wer kommt, könnt ihr mal die Hand nehmen, der heute. Ja, das ist in Ordnung, das Bier ist ja wichtig. Also, das wären Eskalationsstufen. Und die Frage ist ganz einfach, wo geht es weiter? Na, sag mal, also, was weiß ich, Eltern oder die Kinder sind in so einem, was jetzt an die Hose geht, Eltern haben es getrennt, sind für sechs Jahre oder so. Und dann ist die Frage, okay, nach einem Jahr sind sie vielleicht was weiß ich, oder was weiß ich, oder was da sonst irgendwo. Und es gibt manche, die machen das bis zum 18. Lebensjahr, und mögen dann noch nicht mal davon lassen. Kommen die wieder schnell runter, auf eine ruhige, konsensorientierte, vielleicht auch eigenverantwortliche Ebene, oder halten sich um in der Eskalation? Und jetzt natürlich das ist die Frage, warum erzähle ich das, warum erzähle ich hier von Verfahrensbeiständen und so weiter. Der Verfahrensbeistand hat keinen Mediationsauftrag in dem Sinne, beziehungsweise vor allen Dingen, wir machen keinen Mediationsvertrag. Was wir aber machen können, ist, wir können hier für das Gericht arbeiten und können die Elemente der integrierten Mediation, ja, gerade das Integrierte, überall benutzen. Der Verfahrensbeistand hat bestimmte Aufträge, er spricht also mit den Eltern, mit allen Verfahrensbeträgen, natürlich mit den Kindern, die Vertritte her vor allen Dingen. Und die Frage ist ganz einfach, agiert der Mediator dahingehend, dass er versucht, den Konflikt zu reduzieren, beziehungsweise, dass er mit den Familien versucht, Lösungen herbeizuführen, beziehungsweise die Familien selber die Lösungen zu finden oder, sagt der Familie, sagt der manche Verfahrensbeistand, agieren Sie kurz mit allen eskalierend. Und wir hätten die Möglichkeit, an der Stelle, das, was wir von der Mediation kennen, tatsächlich dort einzubringen und darauf hinzuwirken. Ich sage es mal aus meiner Erfahrung, als Verfahrensbeistand, wenn ich so eine Akte bekomme, also ich spreche jetzt hier drüber, wenn wir beim Familiengericht sind, wie ich solche Akten bekomme von den Familien. Aus meiner Erfahrung oder Einschätzung, 70% dieser familiengerichtlichen Verfahren gehören gar nicht vom Gericht. Ja, die gehören hierhin. Die sind zum Teil sogar sehr einfach zu lösen. Zum einen, wenn man schnell agiert, schnell eingreifen würde, aber zum anderen auch, wenn man einfach sich viel Mühe geben würde, hier als Berater, der Mediator, der schon hier ist. Und davon, von diesem wirklich zum einen Know-how und zum anderen Zeiteinsatz, davon haben wir viel zu wenig. Wenn das hier ordentlich gemacht würde, würden wir hier viele Verfahren nicht sehen. Wie gesagt, meine Einschätzung ist, 70% gehören hier unten hin und nur relativ wenige sind wirklich da unten verortet. Jetzt kommt natürlich die Frage, welche sind denn gehörte hier unten hin und welche kommen da gar nicht hin. Wir haben natürlich Verfahren, wo sich die Eltern eigentlich, viele Eltern tun das ja auch, aber Eltern sollten sich eigentlich selber einigen können. Das geht manchmal beim Trennungsstreit nicht so ganz, die Emotionen kochen hoch. Aber das wird immer gesagt, Emotionen verstanden, kleiner Widerspruch. Die Emotionen kochen hoch und dann gehen die halt aufeinander los und dann ist die Frage, lässt man die aufeinander losgehen, verschwimmert man das zum Teil sogar oder sagt man jetzt mal ganz ruhig und wir versuchen es damit ein bisschen mehr konstruktiver Kooperation. Also wenn man die an die Hand nimmt, und wenn man die an die Hand nimmt, kann man zum Teil extreme Erfolge erzielen. Ja, und da könnten wir mit unserer Art, wie wir zuhören, wie wir sprechen, wie wir Fragen stellen und so weiter, enorm viel über. Gut, es gibt auch hier als Verfahrensbeistand Teile, da kann man quasi nicht mediativ groß arbeiten. Wir müssen unterscheiden, die beiden familienrechtlichen Verfahren, zum einen die wirklich zivilgerichtlichen Verfahren, also sage ich mal bei der Trennung, Mutter gegen Vater, Vater gegen Mutter, wie auch immer. Da können wir mediativ arbeiten. Es gibt aber auch andere Verfahren, vor allem mit dem Familiengericht, da geht es nicht innerhalb der Stadt der Familien, sondern es geht darum, Jugendamt gegen Familien, Familie gegen Jugendamt, das ist nicht Jugendamt gegen Familie, zum Beispiel eine in der Totenordnung. Aus irgendeinem Grund, das muss auch gar nicht immer zutreffend sein. Es ist immer schwierig, das pauschal zu sagen, wie oft passiert, stimmt das wie oft nicht. Manchmal sind es wirklich die Nachbarn, die erzählen irgendwas, sie erfinden irgendwas, und schon hat man dann das Jugendamt an der Backe. Und bei solchen Verfahren, da geht es natürlich nicht so sehr Mediation, zwischen und in der Familie, sondern da hat man ganz andere Fragen. Sind die Kinder gefährdet? Und so weiter und so fort. Das heißt, der Verfahrensbeistand kann seine mediativen Fähigkeiten einbringen in ein familienrechtliches Verfahren, beziehungsweise in ein Kindschaftsverfahren, aber er muss darüber hinaus auch wirklich Kenntnisse haben, über alles, was da im FG-Familienrechtlich sonst noch passieren kann, und was den Gefährdungen als Kindes darstellen könnte. Er muss keine Kinder, kein Kinderschutzbeauftragter, sonst irgendwie qualifiziert sein, aber er muss einen Blick verhaben. Der Verfahrensbeistand selber vertritt die Rechte der Kinder, die Interessen der Kinder vor Gericht. Wir haben natürlich viele andere, auch in so einem familienrechtlichen Verfahren, das hatten Sie vorhin schon genannt, Richter, natürlich das Wichtigste. Zweifelsfall macht er auch den Beschluss. Aber natürlich auch die Sachverständigen, Jugendamt und die Rechtsanwälte. Wenn ich selber bei einem familienrechtlichen Verfahren beauftragt werde von einem Richter, und dann wissen Sie natürlich schon, wie ich arbeite. Das mache ich ja nicht erst seit gestern. Normalerweise schaue ich natürlich, nachdem ich mir die Eltern angeschaut habe, und sehe, dort gibt es Lösungspotenzialen. Dann arbeite ich darauf hin und gucke mir diesen Antrag an, natürlich, den es da gibt. Meistens ist halt ein Antrag zum Gericht gestellt worden von einem Elternteil und schaue einfach nach, was für einen Altruf habe ich von dem Antrag. Dann gucke ich mir natürlich auch die Eltern an. Als allererstes rufe ich, bevor ich überhaupt mit einem Elternteil spreche, rufe ich das Jugendamt an. Wo komme ich denn da hin? Dazu muss man natürlich sagen, die Rechte wissen ja, dass ich mit dem Jugendsoorientiert arbeite. Das heißt, ich kriege natürlich dann auch die Fälle, die noch mit Mediation behauptet werden können. Mit die ganz schweren Fälle, da kommen Sozialarbeiter hin. Wenn hier irgendwo, wenn da ein Sozialarbeiter ein Punkt ist, Hochhaus, und sie kommen da rein in die Wohnung und im Arm steckt noch die Nadel von letztem Schuss usw. Das ist kein Fall für mich, das ist kein Fall für den Mediator. Das muss man einfach auch sehen, das müssen auch die Richter sehen. Also wenn ich den Fall dann betrachte, gucke mir die Akte an, dann spreche ich da also mit den Eltern und gucke, dass ich auf eine einvernehmliche Einigung hinarbeite. Das steht auch so in dem Auftrag des Verfahrensbeistands drin. Das ist der 158er im FAM-FG. Der Verfahrensbeistand hat die Aufgaben vom Bericht übertragen, weil ich würde es jetzt rausholen, aber ich sage immer Zeit. Also glaubt mir einfach FAM-FG, wie meisten oder viele wissen es ja auch, da steht die Beauftragung des Verfahrensbeistands drin. Und da steht dann auch drin, der einfache Auftrag und fast, also ich kenne es eigentlich nur so, dass der weiter der Auftrag geben wird, dass der Verfahrensbeistand auf eine einvernehmliche Lösung hinarbeitet bzw. sie vorbereitet. Die Richter sind aber durchaus auch sehr angetan, wenn man das Ding komplett löst. Ja, also ich habe auch schon Verfahren, da wurde irgendwann Antrag, es war ein Termin direkt angesetzt worden und es kam gar nicht zu verhandeln, weil ich das Ding kurz an vom Tisch gewandt habe. Kann man machen. Das Schöne dabei ist, die Richter sind glücklich und die Familien sind meistens auch überglücklich. Das heißt also, wenn ich mit meinem videotiziven Ansatz, so wie ihr das ja auch könnt, so ein familienrechtliches Verfahren annehme, als Verfahrensbeistand, dann arbeite ich darauf hin, dass natürlich zum einen die Interessen und die Rechte der Kinder berücksichtigt werden. Also ich bin da nicht ganz altverteidlich. In erster Linie bin ich für die Kinder da. Aber wenn ich eine Lösung, als Verfahrensbeistand, herbeiführe, die die Familie dann auch selber erarbeitet, mit der ich die ganze Familie glücklich sein kann, habe ich doch eine Altverteidigkeit. Aber es geht ja um die Gesamtheit der Familie. Das ist insofern sehr interessant. Das heißt, wir haben viele Fälle, in denen ich drin bin. Da wird der Antrag, der ans Recht gestellt worden ist, zurückzuhören. Option eins. Die nächste Option ist, der Antragsgegner anerkennt. Also ja, hat recht. Irgendwas da hat recht. Erkenne ich an. Keiner. Das ist sich einig. Und so kann das weitergehen. Manche oft, meistens oder sehr oft, das ist immer schwer zu qualifizieren, quantifizieren, hat man das auch, dass man einen richtigen Vergleich vorbereitet. Ja, dann einigt man sich schon meistens auch zusammen mit einer Situation. Bin ich dabei, ist Jugendamt dabei, sind die Eltern dabei. Eigt man sich auf, irgendwas, also wo die Eltern sagen, ja, da können wir uns drauf einigen. Und dann wollen sie aber doch noch den Gerichtstermin. Und dann geht man da hin und sagt, dann habe ich schon alles vorbereitet und so und so sieht das aus. Das hat auch große Vorteile, dass man es alles vorbereitet. Auch in der Mediationsehnlichen Sitzung beziehungsweise in der Sitzung mit Mediationselementen. Weil man natürlich auf Jugendamtsebene oder wenn man vielleicht auch wieder schon eine Familienbereitung dazu nimmt, natürlich auch Zeit hat. Durch eine familienrechtliche Sitzung kommt es darauf an, manche Richter nehmen sich richtig Zeit. Ich weiß auch einen Richter, von dem ich damals sehr viel gelernt habe. Riecht mich morgens an und sagte, die Kinder werden heute Mittag in der Verhandlung. Bringt sich was zu essen mit. Das dauert länger. Wer hat da noch die Anekdote hinterher geschoben? Sie haben ja heute Morgen gesehen, Frau Merkel hat bis 9 Uhr mit Griechenland verhandelt. Dazu muss man auch sagen, er war Direkter des Amtsgerichts und hatte aber dann auch die Möglichkeit, er hat sowieso gesagt, er hat erzählt, dass er schon mal die, was ist das in der Revision, oder Rechnungshof oder sowas, und wir haben bei ihm schon mal nachgesagt, wie soll er unter die Verfahren bei ihm so lange und die mit ihm verhandeln. Und dann hat er gesagt, ich habe doch hier Richterliche Unabhängigkeit, ich will das weiter machen, wie ich will. Und da hat er das, also hat sich richtig Zeit belastet und hat mit den Eltern also was draus gearbeitet. Quasi er hat Mediation gemacht. Wir haben das auch schon mal gesehen auf der Europäischen Rechtsakademie in Trier, da war ich auf einem Seminar, da gibt es auch, dass man als Verfahrensbeistand zum Teil hin kann. Es ging um die Kinderrechte und da waren tatsächlich Richter, die haben da so ein Rollenspiel vorgestellt. Ich war verblüffend, ich war begeistert. Ich habe mich dann natürlich gefragt, was haben die da eigentlich gemacht? Und es war eigentlich eine Mediation. Nur welcher Richter in einem Mannsbericht macht das schon? Das ist die absolute Ausnahme. Der Richter Rudolf hat vorhin mal gesagt, mit dem Personalwechsel war plötzlich alles quasi wieder auf Null gesetzt. Das ist halt auch oftmals so. Wir haben an den Gerichten, an den Familiengerichten hier, die meisten bleiben dann in einer bestimmten Zeit. Das heißt, kommt der nächste Richter, fängt er bei Null an. Und viele dieser Richter haben halt wirklich von Familienrechts an die ich vorher noch nie gehört. In Studien muss man es auch nicht allzu intensiv bearbeiten, so wie ich das weiß. Und viele interessiert es auch einfach gar nicht. Die bearbeiten in einem familiengerichtlichen Fall eher Agrarrecht. Subsumption, wie du es ja auch schon gesagt hattest. Und ich weiß noch, ich habe mich, mancher stellt man sich ja dann auch wirklich von mir halt bei neuen Richtern vor, bei einer neuen Richterin, wie ich dann hingekommen habe, gesagt, ja, haben Sie schon was gemacht? Und so weiter. Da sagt sie, ja, Sie waren schon in anderen Bereichen tätig. Da habe ich gesagt, ja, Familienrecht ist anders. Für die Zustand auch um Emotionen. Und wenn da ein Beschluss tatsächlich ganz tief in die Familie eingreift. und auch ganz tief, wenn man vielleicht mal wenchen betroffen macht, dann haben Sie zum Teil bis zum Suizid. Das müssen wir verordnen haben. Das heißt, in Deutschland gibt es eigentlich keine Todesstrafe, aber wenn ein Richter tatsächlich einen Beschluss macht, der eine Familie oder einzelne Person dort vernichtet, nicht zugrunde richtet, dann kann man schon durchaus davon sprechen, dass an familiengerichten Todesstrafen ausgestellt werden. Ja, das muss man sehen und das ist natürlich wirklich tragisch, aber das ist die Tragweite, die wir haben. Es geht um Emotionen. Gut, aber kommen wir wieder auf die positiven Dinge zurück. Das heißt, hier kann natürlich als möglicher positive Geschehen Antrag zurückziehen, Antrag entsprechen, Familiengerichtlichen, also Vergleich für das Familienrecht vorbereiten, aber man kann auch einen kompletten Vergleich dann schon wieder, also ich mache es sehr gerne, dass ich die Familien mit den Familien sogar in die Familienberatung auch gehe. Ich wähle für die passende Familienberatung aus, den passenden Berater und dann gehe ich mit denen tatsächlich zur Familienberatung bei der ersten Sitzung. Ich sitze dann dabei und schaue, dass die dann vom Gericht unterkommen in die Familienberatung. Da machen wir dann auch schon einen Bereich da was vor, worauf wir uns dann einigen können. Das ist dann meistens so, der Vergleich, der dann dem Gericht vorgelegt wird, der wird dann hier ausgehandelt und dann wird der nur noch vorgelegt, hier oben gebilligt und spricht darauf, keine Begründung zu schreiben, kein Protokoll, keine Verhandlung mehr und mehr steht. Ist die Bildung erfolgt, da war ich noch seine Unterschwestern ein Stempel drauf und dann steht auch unten drin in der Familienvereinbarung, der Elternvereinbarung. So künftig wollen wir alle unsere Dinge konstruktiv-kooperativ und konstruktiv-kooperativ lösen, konstruktive Kooperation und wollen es in der Familienberatung klären. Das ist dann Teil der Elternvereinbarung und so kann ein Verfahrensbestand arbeiten. Das Problem ist halt, die meisten arbeiten so nicht. Deswegen stehe ich auch hier und sage, bitteschön, wer sich dazu rufen fühlt Verfahrensbeistand zu werden, möge es werden und möge die Instrumente, die wir hier bei der integrierten Mediation kennenlernen und schätzen lernen, auch so etwas anwenden. Das geht. Wir können kein formelles Mediationsverfahren machen. Das ist nicht gegeben, weil wir hier halt in dem Rahmen des Familiengerichts am FG arbeiten. Aber wir können die Elemente, die integrierten Mediation benutzen und zwar sehr, sehr erfolgreich. Das ist völlig klar. Gut, das wäre soweit mal mein Appell. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die lasse ich jetzt aber auch becken, weil es einfach viel zu lange dauern würde. Leider war das jetzt abgestürzt. Und ich denke aber, dass es hier schon so ungefähr ein Blick gibt, worum es geht. die Verfahrensbeistände, wie der Verfahrensbeistand arbeitet, muss zum Familiengericht beziehungsweise zum Amtsgerichtsrichter passen. Das ist vielleicht auch noch eine Sache. Dann wird der vom Richter des Amtsgerichts des Familiengerichts beauftragt. Der beauftragt einen, nur wenn er mit der Sache glücklich und zufrieden ist, was der Verfahrensbeistand macht. Viele sind das, wenn sie sehen, dass man so arbeitet, sind die Familienrichter, manche sind da völlig geplättet, wenn sie das dann sehen. Es gibt auch Gegenteile. Ich kann mich noch an einen Richter erinnern, der war so verblüfft, dass ich eben seinen Fall weggeschnappt habe, weil, ist ja die Frage, arbeitet man das jetzt lösungsorientiert, das Arbeiten? Wir haben ja eine Lösung, die die Familie dann auch selber dann auch findet. Arbeitet man lösungsorientiert oder arbeitet man beschlussorientiert? Also will man unbedingt einen Beschluss machen, das soll jetzt so und so und so laufen. Und manche Richter sind so beschlussorientiert, die waren sauer darauf, dass er keinen Beschluss machen konnte. Das möchte ich einfach nochmal sagen, also das muss passen und das findet sich dann einfach, wenn man sich dann auch gewirkt und so weiter. Ich hatte in meinem Vortrag, heute wurde mir schon gerade fünf Minuten gezeigt, eigentlich wollte ich ein bisschen weiter ausholen, und da war halt ein bisschen wenig Zeit übrig heute. Ich hatte auch das Thema Umbotschaft erwähnt. Was ist die Umbotschaft? Eigentlich was ganz anderes, aber wie die Verfahrensbeistandschaft geht es um Kinder. Verfahrensbeistand arbeitet halt im Kontext des Familienrechts, sprich Familienrecht. Die Umbotschaft läuft ab im Bereich des Verwaltungsrechts, zwar im Bereich der Jugendhilfe. Jugendhilfe. Das heißt, wir haben verschiedene Gesetzesentwürfe. Jetzt auch wieder der neue SGB-8-Entwurf, der bis jetzt als Referentenentwurf vorliegt, zum heutigen Termin. Und da wird ziemlich klar nochmal herausgestellt, es dürfen nicht nur Umbotschaften eingerichtet werden, sondern es sollen nur Umbotschaften sowohl kommunal als auch überregional eingerichtet werden. Ein sehr interessanter, auch ein guter Gesetzesentwurf. Was ist das Besondere? Zum einen natürlich, oder worum geht es überhaupt, es geht da um Qualitätsdefizite, die in der Jugendhilfe passieren. Das können in der Jugendhilfe. Das kann zum einen die öffentliche Jugendhilfe sein, das ist dann halt immer das Jugendamt oder der öffentliche Träger, eine öffentliche Kita. Es können auch private Kita-Träger und so weiter sein. Wir haben in diesem Bereich extrem viele Qualitätsdefizite. Und um das einigermaßen in den Griff zu kriegen, war halt eines der Instrumente, das sich mal bei Ihnen eine Professorin ausgedacht hat. Da hat sie gesagt, wir nehmen doch diesen Begriff Umbotschaft, der in anderen Ländern ja schon eine bestimmte Bedeutung hat und fassen ihn aber ganz allgemein und sagen, so könnte man es machen. Wir reden mal darüber. So ungefähr. Viel mehr sagt er auch noch nicht. Aber dann hätten wir schon mal eine weitere Instanz, wo sich Familien hinwenden können, wenn sie glauben, dass sie in der Jugendhilfe, Kita, auf der Ganztagsschule und so weiter, irgendwas schiefläuft und im Jugendamt irgendwas schiefläuft. Das ist momentan eine ganz schwache Formulierung, weil die Ombudsleute können was machen, aber müssen nichts machen. Und zum Teil sind die Ombudschaften auch, ja manche haben schon einen Zweifel auf den Ruf, muss man auch sagen, weil sie nicht so arbeiten, wie sie eigentlich arbeiten sollten. Das Interessante hier für uns, wenn wir das im Kontext Verfahrensbeistandschaft sehen, Herr Richter-Rudolfs hat schon vorhin schon auch gesagt, wenn hier die Beschlüsse erfolgt ist, vom Familiengericht ist der Verfahrensbeistand draußen. Ja, also im Grunde genommen, ich darf mich dann gleich wieder etwas einmischen. Wenn dann die Familien fragen, wollen sie mal und so können sie mal und so weiter, ja, kann man nochmal natürlich nicht telefonieren, ja, das ist die eine Sache. Und manchmal haben wir allerdings auch hier, dass dann unten in der Pflegefamilie reinkommen, Kinder rein und dann so etwas, ja, und man ist ja schon in die Akte reingearbeitet. Und dann rufen die einen an und sagen, ja, wir haben das auch gerecht zu vereinbart, aber das funktioniert nicht. Ja, ich kriege die Sachen nicht von meinem Kind. Sie sind häufig in meiner Pflegefamilie wegen besonderem Förderbedarf und so weiter und die Kommunikation funktioniert nicht. Da wäre ich normalerweise als Verfahrensbeistand draußen. Und dann kann ich natürlich fragen, ja, ich habe das jetzt angehört, ich bin drinnen eingearbeitet, reicht ein Telefonanruf wahrscheinlich. Als Verfahrensbeistand darf ich es nicht, aber möchten Sie mich gerade fragen in meiner Funktion als Ombudsmann. Und dann sagt er halt, ja, super, ja, dann greife ich zum Telefonhörer, fünf Minuten, die Sache ist erledigt. Deswegen ist diese Ombudschaft auch so interessant, ergänzend für uns. Ansonsten ist ein völlig getrennter Bereich, auch ohne Verfahrensbeistandschaft, natürlich sehr interessant. Auch da arbeitet man für Kinder. Und vielleicht, also ich nehme an, dass der gute Autos mit den fünf Minuten ernst genommen hat, das habe ich jetzt nicht die Zeit ein bisschen auf dem Auge verloren, zur Bezahlung. Manche unserer Kollegen in der Mediation haben ja so ein bisschen Auftragsmangel, wie ich es mancher so höre. Hier gibt es mehr als genug Streit. Hier gibt es keinen Auftragsmangel. Der Verfahrensbeistand wird vom Gericht bezahlt, wird vom Gericht beauftragt, wird vom Gericht bezahlt. Das Gericht stellt dann bei seinerseits den Eltern, den Familienrechten. Aber man selber hat die Rechnung gemacht, gegenüber dem Familiengericht. Es steht genau drin, was der Verfahrensbeistand bekommt. Es steht im Gesetz drin. Ich sage jetzt an für den erweiterten Auftrag 55 Euro pro Kind, pro Instanz. Das heißt, wenn der Marschell noch ein Eilantrag kommt, bei zwei Kindern 1.100 Euro für ohne weiteres Einarbeit und so weiter. Der Verfahrensbeistand verdient zum Teil mehr als der Rechtsanwalt. Da machen wir es ganz klar. Weil der Rechtsanwalt einfach nach Streitwert bezahlt wird und der Verfahrensbeistand nach Anzahl der Kinder losgelöst. Also eine ganz andere Rechnungsumklage. Also genügend Verfahren gibt es, genügend Streit gibt es und mit der Rechnungsstellung hat man auch kein Problem, weil das Gericht zahlt das ja alles. Der Ombudsmann, da sieht es anders aus. Beim Ombudsmann, das ist, das gibt es leider auch eine Menge Ehrenamtler. Das funktioniert nicht ordentlich. Das muss man auch sagen. Man kann nicht davon ausgehen, dass ein Ehrenamtler sich da richtig reinhängt und richtig gute Arbeit macht. Man kann als Ombudsmann mit einem Mitamtträger der Jugendhilfe natürlich einen besonderen Vertrag haben oder mit einem Jugendamten einen besonderen Vertrag haben und regelt dann mit denen entsprechendes Geld. Ansonsten ist die ganze Ombudschaft noch sehr ungeregelt. Und manche sagen, die ganze Jugendhilfe sei so ein Wildwestfeld. Und manche Spunzener werden wissen, warum sie Spunzen. Es ist einfach so, weil sie sehr problematisch, riesige Qualitätsdefizite. Das Qualitätsmanagement wurde erst 2012 eingeführt mit dem Bundeskinderschutzgesetz. Er liegt mehr oder weniger brach. Das muss man ja nicht daran sitzen. Das ist ein Desaströsesfeld, was wir da vorgenommen haben. Das war jetzt mal auf die Schnelle mehr oder weniger spontan. Einen ganzen Verrufvortrag habe ich umgestellt. Sorry. Aber ich glaube, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, was der Verfahrensbeistand macht für die Kinder, für die Familien. Welche Möglichkeiten sich auch für euch dort auftun. und dann noch mal kurz die Option, was ist denn, wenn man auch die Ombudschaft mit dazu nimmt. Wer Fragen hat, jederzeit gerne an mich. Ich empfehle mich ja auch auf den Interzeiten vom Verband Integrierte Mediation, weil ich unterstütze da jeden sehr gerne. Besonders natürlich Multiplikaturen und das sind, glaube ich, hier auch alle. Super. Ja? Arthur? Bin ich noch zeitig? Oder ich habe deine fünf Minuten gerade so angezeigt bekommen. Okay. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wer noch Fragen hat, möge sich direkt... Ja? Wer Fragen hat, möge sich mein Finger direkt auch an mich wenden, weil ich komme heute Abend nicht mit und ich bin morgen auch nicht da. Ja? Okay. Aber ich bin natürlich trotzdem mal reich bei keiner. Okay? Danke. Ja, Fragen ist eine gute Frage. Es gibt Themen, was mir zum Beispiel eingefallen ist, waren Fragen symbolisch zu kurz zu kommen und zu abonnieren. Aber eine Idee wäre, wir machen so Kurzkonferenzen online, nur zu einzelnen Themen. Und dann könntest du zum Beispiel, ich habe auch noch eine Menge Fragen. Ja. Ja. Und auch spannende Anregungen bekommen. Ja, das wäre so eine Idee. Da stehen eine Menge Fragen. Ich werde die sammeln, abschneiden, weiterleiten, andere Möglichkeiten. Wenn wir es in der Konferenz machen können, hat das natürlich einen Vorteil, dass da mehrere zuhören können. Immer wieder Einzelantworten ist halt mühselig. Meine Zeit ist dann auch irgendwo begrenzt. Also ich mache das sehr gerne, wenn man wegen irgendjemandem einen richtigen Fall hat und sagt, warum mache ich das jetzt am besten? Sprich zuerst mit dem Anteilsteller und mit dem Anteilsegner. Macht ja schon einen Unterschied. Also lieber natürlich, wenn was, was ich will, zu 2030 in der Videokonferenz ist. Okay, du, das hat einen Preis. Das ist echt du jetzt da einen Preis. Und zweitens hat das einen Preis. Nämlich, wenn wir eine Online-Konferenz machen, für die, die jetzt nicht teilgenommen haben, die brauchen ja noch einen Führung. Das heißt, wir müssen das kurz zusammenfassen, das Thema anführen und dann könnten wir da einen Baum für die Diskussion schaffen. Wir überlegen das. Vortrag, es gibt es ja auch, der ist ja aufgezeichnet. Ich weiß ja nicht, ob es geklappt hat. Der Vortrag heute ist ja auch aufgezeichnet. Nein. Ja. Also insofern können wir jeden verpflichten, vor unserer Diskussion nicht zu sehen. Das Wort verpflichten, habe ich in der letzten Zeit oft gehört. Das ist ein bisschen noch, was ich nicht so mag. Aber vielleicht schaffen wir es mit Motivation. Ich schaffe das vielleicht nicht. Okay. Ich schlage vor, das war es ja heute. Wir sehen uns morgen noch nur 30, gleich beim Bier, Wein oder sonst was, im Polar nach dem Dom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es total inspirierend, sehr intensiv und sehr einseitig. Aber es liegt vielleicht an der frontalen Situation hier. Wir arbeiten da. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Teut, teut. Bis morgen. sweatshirt. Untertitelung des ZDF, 2020